Abseits ist eine Spielsituation beim Fußball. Ein Tor, welches aus einer Abseitsposition erzielt wurde, zählt nicht. Ob es sich um Abseits handelt, entscheidet der Linienrichter. Oh nein! Darüber hinaus muss der Angreifer der gegnerischen Torlinie, hier durch rote Pfeile gekennzeichnet, näher sein als der Ball. Und der vorletzte Gegenspieler der verteidigenden Mannschaft, hier gekennzeichnet durch die Nummer 2. Das heißt, es befinden sich weniger als zwei Gegenspieler zwischen dem Angreifer und der Torlinie, hier nur der Torwart. Kein Abseits ist, wenn sich im Moment der Ballabgabe zwischen Angreifer und der Torlinie mindestens zwei Spieler der verteidigenden Mannschaft inklusive Torwart befinden. Es gibt auch Ausnahmen. Kein Abseits liegt vor bei einem Einwurf, Bei einem Eckstoß Und bei einem Abstoß Noch Fragen? Also, bei einem Angriffin, hier der Torlinie, hier der Torlinie, hier über ein paar Jahre, da oben in der Situation, der Torlinie und der Torlinie, hier über ein paar Jahre! Vielen Dank.